Im Laufe der Jahre entwickeln selbst standardisierte Prozesse ein Eigenleben. Ursachen für Engpässe sind unklar und Prozessharmonisierungen sind wirklich schwierig. Zudem kommt der laute Ruf nach Digitalisierung. Prozess Mining hilft Reibungsverluste und neue Strukturen in den Abläufen hier zu entdecken. Nicht nach stundenlangen Workshops, sondern in einer regelmäßigen Echtzeitüberwachung der tatsächlichen Abläufe. Dabei kommt es nicht darauf an, diese einfach nur zu beschleunigen, sondern im Idealzustand ein optimiertes harmonisches Gesamtgefüge zu schaffen. Sie sehen das enorme Managementpotenzial in diesem Ansatz. Es sind zahlreiche Spuren in den Protokolllaterien, die wir letztendlich nutzen können, um halt das datengetriebene, tatsächliche Ablaufen der Aktivitäten abbilden zu können. Auf Basis dieser Prozesse und der Prozessbilder kann dann eine Automatisierung erfolgen, die es ermöglicht, auch Software einzusetzen, wie RPAs – Robot Process Automation. Sprechen Sie uns an, um zu erfahren, wie Prozess Mining und Robot Process Automation funktionieren und bei Ihnen einsetzbar sind.